Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns Aufmöblern. An vielen Möbeln, die wir aufarbeiten, montieren wir neue Beschläge, weil die alten entweder kaputt sind oder unvollständig sind. Neu heißt in dem Fall Beschläge, die nach historischem Vorbild neu nachgefertigt wurden. Man kann auf Floh- und Trödelmärkten zwar alte Beschläge gut kaufen, aber wenn man dann doch mal zwei, drei, vier oder zehn gleiche Beschläge benötigt, dann wird es schon schwierig. Darum sind diese Reproduktionen historischer Beschläge für uns eine gute Variante, den frisch aufgemöbelten Stücken den letzten Schliff zu geben. Diese neuen Beschläge haben aber oft den Nachteil, dass sie zu stark glänzen und darum lassen wir sie künstlich altern. Alles was wir dazu benötigen, ist diese Patinierlösung. Ich habe mal ein Produkt in der Videobeschreibung aufgeschrieben. Diese Lösung, wenn man sie kauft, ist sehr stark konzentriert. Man sollte sie also weiter verdünnen. Wir verdünnen sie 1 zu 5 und man kann diese Lösung, wenn man sie einmal angesetzt hat, auch, ich sag mal, unendlich lange weiter benutzen. Nur zu Filmzwecken kippe ich immer eine Schluck neue Lösung hinein. Ansonsten verwenden wir das, was ihr hier seht, in der Schüssel schon seit vielen Jahren. Zunächst wird der Beschlag in sauberes Wasser eingetaucht, damit kurz ein wenig gereinigt. Dann kommt der Beschlag in das Säurebad und ihr seht hier wirklich die Echtzeit. Der Beschlag kommt also nicht für Minuten oder gar Stunden in das Säurebad, sondern wirklich nur für ein paar wenige Sekunden. Und hat man den Grad der Patinierung erreicht, den man erreichen möchte, dann kommt der Beschlag wieder in das klare Wasser zurück und dieser Patiniervorgang wird sofort gestoppt. Möchte man eine absolut gleichmäßige Patinierung erreichen, dann muss man den Beschlag fettfrei reinigen. Wir selber finden es recht charmant, wenn der Beschlag durchaus nach der Patinierung auch noch ein bisschen fleckig und schäckig ist. Darum tauchen wir ihn vorher nur in Wasser. Auch die kleinen Schräubchen, mit denen wir die Beschläge befestigen, patinieren wir. Das sieht dann im Gesamtbild auch harmonischer aus. Dazu nutzen wir so ein kleines Sieb, mit dem man also sehr gut gleich eine ganze Anzahl von Schrauben patinieren kann. Auch hier seht ihr den Vorgang in Echtzeit. Gerade diese Schräubchen brauchen wirklich nur ganz wenige Sekunden und dann sind sie schon fertig. Nach dem Wasserbad, das die Patinierung gestoppt hat, kommen die Beschläge und Schrauben dann auf ein Tuch und können dort trocknen. Man kann sie auch trocken föhnen oder mit einem Lappen trocken tupfen. Hier seht ihr nun das fertige Ergebnis. Dazu immer die unpatinierten Beschläge daneben. Für meine Verhältnisse sind sie jetzt etwas zu dunkel geraten nach dem Patinieren, aber das passt gut. Dann kann ich gleich zeigen, wie man sie wieder ein bisschen glänzender bekommt. Dazu nimmt man Schleifvlies, Schleifwolle und dann kann man so lange polieren, bis man den Glanzgrad erreicht hat, den man für passend empfindet. Den Grad der Patinierung kann man also selbst beeinflussen, je nachdem wie lange man die Beschläge in der Patinierlösung behält, wie stark konzentriert die Lösung ist und zum Schluss kann man auch durch polieren noch ein bisschen den Glanzgrad beeinflussen. Ich hoffe, für den ein oder anderen war das Video interessant. Die Patinierlösung, wie gesagt, findet ihr in der Videoüberschreibung. Ansonsten abonniert doch gerne unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch und wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Lust habt, schaut euch doch gerne noch ein anderes Video von uns an.